Ja, bereits in der Folge 149 habe ich schon darüber gesprochen. Es geht um das Gefühl, dass man intern nicht weiterkommt und somit kündigen will. Was ist zu tun? In dieser Episode möchte ich dir einfach einige Gedanken mitgeben, einige Tipps geben, damit du im besten Fall auf dem Höhepunkt deiner Anstellung kündigen kannst. Herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer. Dieser Podcast richtet sich in erster Linie an Fach- und Führungskräfte, die mehr wollen als nur einen Job zum Geldverdienen. Mehr Informationen findest du natürlich wie immer auf berufspodcast.com und natürlich auf berufungszentrum.com. Ja, ich hatte vor kurzer Zeit einen Anruf wieder von einem verzweifelten Kandidaten. Ja, der war völlig außer sich und meinte, dass er bald dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stellt. Ja, und ich erzählte mir, dass er immer mehr Verantwortung übernehmen müsste und gleichzeitig von Jahr zu Jahr weniger verdienen würde. Das frustrierte ihn total, weil er ist ja noch nicht so alt, er ist noch nicht mal 30, genau. Ja, und ja, und irgendwie kam er nicht weiter. Er hatte auch das Gefühl, dass sein Vorgesetzte ihm nicht richtig zuhören würde, respektive einfach auch nichts machen könnte. Ja, und ich habe ihm dann einfach geraten, einfach ruhig zu bleiben, mal grundsätzlich. Und ja, und faktisch, er hat ja schon eine gute Basis gelegt. Er hat in dem Unternehmen einige Jahre jetzt schon erfolgreich auch da gearbeitet und merkt tatsächlich, ja, dass er offenbar nicht weiterkommt. Jetzt ist mein Tipp ganz klar, wenn du auch in so eine Situation kommst, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass du alles, wirklich alles unternehmst, um eine Lösung herbeizuführen, ja, weil es kann nicht sein, dass du völlig frustriert bist und die Faust im Sack machst sozusagen und, ja, und das nicht so richtig zum Ausdruck bringst und dann einfach kündigst, das macht gar keinen Sinn. Dann ist deine Leistung vielleicht dann auch mal nicht mehr so gut und gehst dann nicht in einer guten Art und Weise und das soll es nicht sein. Ich finde, es sollte so sein, dass es für dich möglichst optimal ist und natürlich auch für deinen Arbeitgeber, ja. Dein Arbeitgeber gibt dir ja die Chance, also gibt dir auch die Arbeit letztlich und du bist dazu aufgefordert, hier die bestmögliche Form, die bestmögliche Arbeit auch zu leisten. Dafür wirst du ja auch bezahlt. Wenn du dann aber merkst, das geht dann nicht mehr so richtig weiter, dann sollte das für beide Seiten klar sein. Es sollte für beide Seiten stimmig sein, dass du vielleicht dann irgendwann mal eben nicht mehr weiterkommst oder dann passt es einfach nicht mehr. Aber dann sollte man wirklich auf dem Höhepunkt seiner jetzigen oder aktuellen Position dann auch gehen und dann nicht zu lang bleiben und dann ist es für dich frustrierend und letztlich für deinen Arbeitgeber genauso. Also ich glaube, wichtig ist, dass du dann hergehst und ganz konkret nach Lösungen suchst, das heißt mit deinem Vorgesetzten sprichst und das auch klar anspricht, was dich momentan beunruhigt oder nervt vielleicht sogar und dass du auch sagst, hey, was mache ich denn da, was kann man machen, wo wollen wir hingehen, dass auch da vielleicht klare Ziele definierst und sagst, schau, mein Ziel ist es, auch wenn wir es auf das Gehalt beziehen, mein Ziel ist es, so und so viel mehr zu verdienen, natürlich auch mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr zu leisten, alles okay und dann kann man das für beide Seiten klar darlegen, wenn das möglich ist. Hoffentlich kann auch dein Vorgesetzter entscheiden, will auch entscheiden und hat die Möglichkeit auch dazu. So, und dann kann man das definieren, dann ist es ja für beide Seiten, finde ich, einfach stimmig, weil auch als Unternehmer weißt du dann, was dein Mitarbeitender auch leisten will und leisten wird und damit passt es ja für ihn auch und für dich auch. Und wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann hast du das ja selber zu verantworten. Ja, und ich finde einfach, es ist wichtig, dass man hier sehr, sehr klar ist, sehr offen ist, sehr transparent ist und klar definiert, was man erreichen will und nicht einfach nur frustriert ist und sich nur über den Vorgesetzten aufregt, da hatte ich ja auch schon drüber gesprochen. Diversen, also ich habe in der Folge 228 auch schon darüber gesprochen, in der Folge 149, das Thema kommt immer wieder und wie gesagt, ich finde es entscheidend, dass du das ansprichst, weil wenn du auch im nächsten Interview dann sitzt, du bewirbst dich dann vielleicht auch und da wird man dich fragen, ja, was haben sie denn gemacht, um diese Situation zu lösen und dann ist es halt immer wichtig, dass du sagen, dann schauen Sie, das war die Herausforderung, dann habe ich Folgendes gemacht, dieses ist dann rausgekommen und gelernt habe ich Folgendes. Ja, also dass du da klar darlegen kannst, was du gemacht hast. Und ja, und dann irgendwann mal, wenn es halt eben nicht mehr geht, dann dass du erhobenen Hauptes auch aus dem Unternehmen rausgehst, das ist ja völlig okay. Es ist ja dann auch stimmig, irgendwann mal auch etwas Neues zu machen, wenn das denn so sein soll. Aber eben mit erhobenem Haupt daraus zu gehen, finde ich wirklich wichtig und nicht einfach frustriert in den nächsten Job reinzugehen. Das funktioniert nicht. Also hier habe ich auch dem Kandidaten ja wirklich auch geraten, erstmal ruhig zu bleiben und dann wirklich auch alles Mögliche auch zu tun, damit er nicht hinterher auch sagen muss, dass eigentlich die Themen gar nicht angepackt hat. Ich finde das sehr wichtig, dass man das macht und bin jetzt natürlich auch gespannt, was du dazu meinst und freue mich natürlich auch auf deine Rückmeldung. In diesem Sinne, alles Gute, dein Christoph.